Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity Ja ähm, Entschuldigung, dass für euch gestern, also für euch gerade, wenn ihr das am ersten Tag guckt, wenn es veröffentlicht wurde Also gleich am ersten Tag, wenn ihr die Folge gleich jetzt gerade guckt Vergesst es, wenn ihr die Folge jetzt gerade am vierten guckt Dann sorry, dass gestern die Folge SimCity zu spät kam Ähm, ich hab nämlich vorher 30 Tote Ich hab nämlich vorher noch, äh, Farquaad 3 Blood Dragon aufgenommen War so geflasht von dem Spiel, dass ich gar nicht mehr auf die Uhr geachtet hab Und deshalb, tut mir leid Aber nur deshalb tut mir leid, nein, nicht wegen was anderes 31 Tote, deine Mom hat 31 Tote im Bett, weißt du Hat sie ausgelutscht Widerlich Gut, dass ich ne Kohle hab 34 Tote, los, fahrt, fahrt Die aus mir Zehn niedergebrannte Gebäude, ja Sigi, ja Sigi, du, ja Sigi 15.000 Deine Mama So gab's Ah, Auge Ah Was? Und Und 1 Uhr Und Warndingens drauf Äh, hier, diese Alarmglocke Ne, Feueralarm So, jetzt wird das ja alles nämlich doppelt so schnell funktionieren, dass sie ausfahren, aus, austreten Und Austreten Oh Gott Hier verlassen der Gebäude, null zu machen Fängt ja schon mal Stress an Ja, äh, dritte Schnelligkeit Ist gerade für den Aufbau nicht gerade sehr gut, ja Also würde ich euch nicht empfehlen für den Aufbau Aber, ähm, zweiter geht klar Das vor allem für einen Pro in SimCity wie mich Gerade für so einen Pro wie mich ist das voll easy wieso wieso mache ich das gerade das werde ich eine straßenbahnbrücke bauen ich daraus eigentlich mit 36.000 jahre alter alter aber die hängebrücke würde ich haben also sparen ja sparen 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 hier haben wir jetzt noch 34 aber das zeichnet so 0 versorgte also wie langsam seid ihr denn ihr scheiß ihr ihr hier klinik voll blablabla blablabla mecca modus an es ist die nicht sie ist nicht voll 20 patienten 21 egal und jetzt brauche ich ja noch müll gott wisst ihr was gut ist dass ich mir jetzt einfach mal so ein hunderttausender kreditsmecke und die steuer erhöhen kann ich auch mal gerade nur unterste stufe leck mich am arsch gleich mal zweimal erhöhen die grenze ab also das wirklich sind die haben also ja die meckern am wenigsten so ist zumindest mein gefühl ja so platz sparen wie möglich muss jetzt bauen und am besten spontan Godzilla bei mir ganz unten in der ecke kino bat im jene wo ist das denn auf der straße da gibt es keine straße ich jetzt verarschen jene neun tausend für den müll Prozent für den müll Prozent ja jetzt geht's doch das kann ich verstehen dass das auf der Straße hier der 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 1 einer die 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 spiel regt mich jetzt nicht auf fuhrspiel gut dazu gut dazu was war das so ich habe vier gedruckten statt rein los sammelt sammelt ich kann es für Probleme mit der Stadt ohne Witz Biermannshaushalt geht gleich meine Bildungsabteilung Perfekt die passt so geil dahin kling hat den ich habe doch schon abgegradet check gar nichts 5 Mülleimer boah seht ihr schnell Lekomio ok immerhin 16 wen ist das angelegt an Wien kann natürlich sein ok haben wir noch genug haben wir noch genug haben wir noch genug haben wir nicht genug haben wir nicht genug nicht mal annähernd tut mir leid ich muss korrigieren und keine wieder ja nächste anschaffung ok gleich mal hier wagen anbauen wägel schon und gleich mal 2.000 1000 weniger pro Stunde aber es ist alles alles ok alles ok alles ok alles ok alles ok alles ok mein Schatz so erst mal können wir hier denn so eine Straße hinbauen wir können später weg außer der Fernhafen passt dahin was ich aber nicht glaube was die chinesische zu glauben vermag wenn ich hier mal ein paar Gebiete ausweisen brauche am meisten gerade Industrie das glaube ich aber nicht mehr Industrie offene Jobs für die Mittel über Einkommensschicht das ist natürlich unpraktisch ich werde wie ein Spocker oder wie ein Amerikaner der versucht einfach mal Deutsch zu sprechen aber für einen Amerikaner kann ich ziemlich gut Deutsch ich bin ein Amerikaner ich kann gut Deutsch das ist eine gute Eigenschaft die warum baut sie nicht aus alt 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 warte mal aus ihr verkalkten Spaß des Spaß des Spaß des Spaß des sieht voll gut aus so so eine hohe Baumreihe kann man die eigentlich nicht direkt so an Straßen platzieren sondern nur so an Straßen nicht so so schade dass die jetzt nicht hier so dran hängt sondern hier so ihr wisst sicher was weil ich kann das gar nicht so teuer erklären ich kenne die alle in den 34 tot 34 tot immer noch die bringt nichts nichts bringt die klinik nichts ja verletzte die werden mal eiskalt ignoriert lieber mal kranke die selbst dahin fahren können verletzte haben sich vielleicht das bein gebrochen und haben niemanden der ihnen hilft und deswegen 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 kann ich das nicht bildung ja brauchen wir noch nicht oder machen wir machen wir machen wir machen wir ins gute viertel und hier 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 tatsächlich kenne ich hier noch ganz hin bauen machen wir das war schon was ist so schön günstig jetzt blöd die die school wahrscheinlich ganz viele kleine kinder viele viele bunte kinder oder ein pädophiler sein wieso baue ich das eigentlich in das industrielle gebiet ich meine vielleicht arbeiten kinder ja schon hier in einer stadt so altmodisch wie die noch aufgebaut ist werdet glücklicher meine freunde wenn wir mal in berlin so einen geilen schulbus hätten der uns direkt vor aus der abholte boah das wäre awesome warte wisst ihr wie awesome das wäre richtig awesome denn werden so viele losgeschickt dass es nicht so voll wird das wäre einfach awesome aber ist halt nicht machbar weil ähm keine extra portion für unsere schule geschlossen wir stellen neue leute ein hostage down nicht genügend müllwagen müllwagen down hostage down zu wenig simoleons los mach mir simoleons hostage down hostage down hostage down gleich mal noch zwei Müllwagen los fahrt 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 und sammelt fahrt und sammelt ok 30.000 ist das nächste abgerade obgerade jaja ihr habt ein Müllproblem kommt ja die kommen ja schon hey der Stau hat sich leicht gelockert aber nur ganz leicht warte fahrt fängt er da an die straße zu bauen ok gehen auch so eine straße durchziehen so eine line für mehr irgendwie sieht man eine Stadt crazy aus aber irgendwie mag ich diese craziness ist voll die gute idee ist das ist ja dass die die die